Ja hallo, in diesem Video über komplexe Zahlen stellen wir uns die Frage, darf man die imaginäre Einheit i einfach so erfinden? Ja, wir haben ja folgendes gemacht, wir haben diese Gleichung hier betrachtet und man sieht ja auf einen Blick, diese Gleichung hat in R keine Lösung, denn gleichgültig, ob ich auf der linken Seite hier für x eine positive oder negative Zahl einsetze, durch dieses Quadratzeichen wird die linke Seite positiv, auf der rechten habe ich aber einen negativen Wert, also innerhalb der reellen Zahlen hat diese Gleichung hier keine Lösung. So, um diese Gleichung jetzt doch lösbar zu machen, haben wir eine Erfindung gemacht. Wir haben definiert, i² ist gleich minus 1. Ja, das heißt also, wenn ich i hier oben einsetze, dann erhalte ich i² und i² ist laut der Definition gleich minus 1 und da steht also minus 1 gleich minus 1, das ist eine wahre Aussage, das heißt dieses i, was ich hier eingesetzt habe, ist eine Lösung dieser Gleichung. Gut, jetzt haben allerdings 99% der Schüler und Studenten ein Problem mit dieser Vorgehensweise. Wir haben ja folgendes gemacht, wir haben gesagt, wenn ich keine Lösung habe, dann definiere ich einfach eine. Ja, das ist ja genauso, als wenn ein Mathematiker mit dem Auto stehen bleibt, weil er vergessen hat zu tanken, ist also kein Benzin im Tank, dann macht der Mathematiker folgendes, er stellt sich vor dem Tank und definiert einen vollen Tank und versucht dann weiterzufahren. Ja, und genauso ist es hier, wir haben keine Lösung, dann stellen wir uns einfach vor die Gleichung und definieren eine Lösung. Ja, und da kann man sich fragen, darf ich das machen? Ist das mathematisch korrekt? Ja, um diese Frage zu klären, möchte ich euch von einer Erfindung erzählen, die ich selber gemacht habe. Dazu betrachten wir die Gleichung x mal 0 ist gleich 1. Und diese Gleichung hat in R keine Lösung. Ich schreibe es mal hin, überlege schon mal, warum die keine Lösung hat. So, habt ihr es rausbekommen? Also, wenn ich irgendeine Zahl aus R hier einsetze, dann ergibt die Multiplikation mit 0 die Zahl 0 und 0 ist nicht gleich 1. Ja, also ich kann da einsetzen, was ich will. Die Gleichung hat keine Lösung. So, jetzt habe ich eine ganz große Erfindung gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn die Mathematiker sagen, wenn ich keine Lösung habe, erfinde ich einfach eine, dann kann ich das auch machen. Ich habe einfach gesagt, eine Zahl k ergibt beim Multiplizieren mit 0 die Zahl 1. Wenn ich hier oben jetzt k einsetze, dann habe ich k mal 0 und k mal 0 ist laut Definition, laut meiner Erfindung gleich 1. Also ersetze ich k mal 0 durch 1 und dann erhalte ich eine wahre Aussage. Das heißt, diese Gleichung ist jetzt plötzlich lösbar. Ja, diese Konstante k, die habe ich dann Josef-Konstante genannt, nach mir. Und ich habe dann beim Nobelpreiskomitee angerufen und wollte mich selber für den Nobelpreis vorschlagen. Aber ich habe leider eine Absage bekommen. Und zwar haben die mir einen Brief geschrieben. Die haben gesagt, ich hätte da irgendwie einen Fehler gemacht. Ja, und zwar haben die folgende Rechnung gemacht. Die haben gesagt, ich kann doch die 0 auch schreiben als 0 plus 0. Ja, also k mal 0 plus 0. Und das ist gleich 1. Einfach nur 0 ersetzen durch 0 plus 0. So, dann haben die Folgendes gemacht. Die haben dir das Distributivgesetz angewendet. Das heißt, einfach nur die haben ausmultipliziert, die Klammer ausmultipliziert. Da erhalte ich k mal 0 plus k mal 0. Und das ist gleich 1. So, jetzt steht ja hier k mal 0 und hier auch. Und ich habe ja die Erfindung gemacht. Also ich habe definiert, k mal 0 ist gleich 1. Also kann ich das k mal 0 einmal hier und einmal hier durch die Zahl 1 ersetzen. Und da erhalte ich das Ergebnis 1 plus 1 gleich 1. Oder anders gesagt, 2 ist das gleiche wie 1. Ja, und diese Rechnung haben die mir also zugeschickt und haben gesagt, also 2 ist nicht gleich 1. Du solltest deine Erfindung noch mal überdenken. Gut, ich habe dann meine Erfindung k hier noch mal überdacht. Und in der Mathematik ist es also so, wenn ich eine Erfindung mache, wie zum Beispiel i oder k, da muss ich danach überprüfen, ob diese Erfindung nicht zu Widersprüchen führt. Ja, ich muss also überprüfen, ob die Grundgesetze der Mathematik danach noch gültig sind. Und das ist hier bei meiner Erfindung nicht der Fall, denn das Distributivgesetz hier führt, nachdem ich diese Erfindung gemacht habe, zu falschen Ergebnissen. Ja, das ist also ein Widerspruch, der da aufgetreten ist. Das ist genauso wie mit dem Mathematiker. Ich habe euch ja gerade erzählt, wenn ein Mathematiker den Tank leer hat, dann stellt er sich vor das Auto und definiert einen vollen Tank. Aber auch da tritt ein Widerspruch auf, nämlich wenn er sich reinsetzt, dann fährt das Auto nicht. Ja, und deshalb muss die Definition voller Tank verkehrt sein. Und genauso ist es hier, wenn ich hier meine Erfindung mache, dieses k, dann führt das zum Widerspruch, dass dieses Distributivgesetz hier nicht mehr gültig ist. Ja, aber ich muss nicht nur dieses Distributivgesetz überprüfen, ob das gültig ist, sondern jede Menge anderer Gesetze, zum Beispiel Assoziativgesetz, Kommutativgesetz und so weiter. Und allen diesen Gesetzen hat man einen Namen gegeben, die fasst man zusammen unter dem Begriff Körperaxiome. Körperaxiome. Das sind so die Rechenregeln für die Grundrechenarten. Ja, und wenn ich jetzt eine Zahlmenge habe, die diese Körperaxiome erfüllt, also eine Zahlmenge, in der die Rechenregeln Gültigkeit haben, dann nenne ich diese Zahlenmenge einen Körper. Die Zahlenmenge heißt Körper, weil sie die Körperaxiome erfüllt. Und Beispiele sind zum Beispiel hier die rationalen Zahlen, die Brüche oder als zweites Beispiel die reellen Zahlen oder dann eben auch die komplexen Zahlen. Das sind alles Körper. Gut, jetzt werdet ihr sagen, wenn in Q, R und C die gleichen Körperaxiome gelten, sind dann Q, R und C nicht das Gleiche. Nein, es gibt neben diesen Körperaxiomen noch weitere Unterscheidungsmerkmale. Q ist zum Beispiel kein vollständiger Körper, während R ein vollständiger Körper ist. Und C ist kein angeordneter Körper, während R ein angeordneter Körper ist. Was ein angeordneter Körper ist, erkläre ich im nächsten Video. Ja, also die Körperaxiome sind noch nicht alles, aber wenn die Körperaxiome erfüllt sind, dann kann man sagen, das ist eine Zahl. Ja, und dann gibt es noch den Begriff Körpererweiterung. Was heißt das? Ja, das heißt einfach nur, wenn ich hier eine Zahlenmenge habe, wie zum Beispiel R oder ein Körper R, ja, und jetzt mache ich eine Erfindung, wie zum Beispiel hier das I, dann füge ich diesen Elementen R ein neues Element hinzu. Das heißt, ich vereinige die Menge der reellen Zahlen oder den Körper der reellen Zahlen mit der imaginären Einheit und überprüfe dann, ob diese neue Menge hier ebenfalls die Körperaxiome erfüllt und dann ist das eine Körpererweiterung. Ja, da werden wir sehen, das ist nicht so einfach. Da gibt es Probleme, aber das Erste, was wir machen, ist jetzt mal folgendes, bevor wir so eine Körpererweiterung machen, nämlich die Körpererweiterung von R nach C. Da schreibe ich hier erstmal eben auf, wie diese ganzen Körperaxiome heißen. Ja, ich habe jetzt hier die Körperaxiome hingeschrieben und wir wollen also jetzt direkt mal ein Beispiel durchrechnen, eine Körpererweiterung, nämlich die Körpererweiterung von den reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen. Der Sinn dieser Körpererweiterung, der muss ja auch einen Sinn haben, die Körpererweiterung muss ja auch einen Sinn haben. Der Sinn ist, dass ich nach der Körpererweiterung auch diese Gleichung hier lösen kann. Ja, und wir machen also die Körpererweiterung, wir nehmen die reellen Zahlen und wollen die erweitern zu den komplexen Zahlen. Und da fügen wir zunächst einmal dieses Element, die imaginäre Einheit hinzu. Das heißt, wir bilden die Vereinigungsmenge aus den reellen Zahlen und der imaginären Einheit und überprüfen jetzt mal, ob die Körperaxiome erfüllt bleiben. Ja, die habe ich so in Blöcke eingeteilt. Also die Körperaxiome lauten, ich muss hier eine Addition haben in dieser Zahlenmenge, eine Multiplikation, ich muss neutrale Elemente für diese Addition und Multiplikation haben, inverse Elemente für diese beiden Rechenoperationen und assoziativ, kommutativ und distributiv Gesetz müssen gelten. Ja, und direkt hier oben, da taucht ein Problem auf. Weil da steht, es muss eine Addition in diesem Körper geben, eine Addition, die zwei Körperelemente miteinander verbindet. So was kann man definieren. Man kann definieren, wie man zwei komplexe Zahlen addiert. Aber man muss aufpassen, diese Addition hier, die muss abgeschlossen sein. Das heißt, das Ergebnis, was da rauskommt, muss ebenfalls in dieser Zahlenmenge sein. Ja, und das funktioniert nicht, wenn ich so eine Körpererweiterung hier versuche. Denn wenn ich zum Beispiel hier zwei Elemente dieser Zahlenmenge hier nehme, zum Beispiel die Zahl 3 und jetzt addiere ich hier ein anderes Körperelement, nämlich die imaginäre Einheit, dann ist das Ergebnis weder eine reelle Zahl noch die imaginäre Einheit, sondern so ein Mischding. Ja, und dieses, also ist dieses Körperaxiom nicht erfüllt. Das hier oben ist keine Körpererweiterung. So, und da macht man den Trick und da sagt man, dann füge ich doch einfach auch direkt die komplexen Zahlen hinzu. Also alles, was die Format a plus bi. Und da sehen wir, jetzt ist diese Rechenoperation Addition abgeschlossen, denn das Ergebnis liegt wieder hier in dieser Zahlenmenge. Das sieht nämlich so aus. Ja, also kann man sagen, das ist jetzt erfüllt und die Multiplikation funktioniert dann auch. Also das ist viel Schreibarbeit, das mache ich im anderen Video. Ich muss ich beweisen, dass es neutrale Elemente für diese Addition und Multiplikation gibt. Also bei den reellen Zahlen ist das neutrale Element natürlich die 0 und bei der Multiplikation die 1. Denn wenn ich plus 0 rechne, passiert nichts. 3 plus 0 ergibt 3. Und wenn ich mal 1 rechne, passiert auch nichts. 42 mal 1 ergibt wieder 42. Dann muss ich zeigen, das ist viel Schreibarbeit, das mache ich im nächsten Video. Dann muss ich zeigen, dass es inverse Elemente gibt. Und zwar sind die inversen Elemente folgendermaßen definiert. Wenn ich eine Zahl a habe und ich addiere dazu das inverse Element, das ist dann minus a, dann muss wieder das neutrale Element hier rauskommen. Das neutrale Element der Addition. Wobei man das inverse Element hier der Addition auch Minuselement nennt. Ja, und dann muss es noch ein Element, ein inverses Element für die Multiplikation geben. Und das ist dann folgendermaßen definiert. Wenn ich ein Element dieser Menge hier habe und ich multipliziere das mit dem inversen Element, dann muss da wieder das neutrale Element rauskommen. Natürlich das neutrale Element wieder, das zur Multiplikation gehört. Ja, aber das zeige ich euch dann im anderen Video. Das ist einfach nur viel Schreibarbeit. Ja, überhaupt nicht schwer, weil man muss da nicht bei Nachdenken. Ja, ich möchte mal nur mal einen kurzen Überblick geben über die Körperaxiome. Ja, und die letzten sind dann noch das Assoziativgesetz, Kommutativgesetz und Distributivgesetz. Die gelten dann auch innerhalb der komplexen Zahlen. Das sind ja jetzt hier die komplexen Zahlen. Diese Zahlenmenge entspricht den komplexen Zahlen. Ja, die sind also alle gültig, wenn ich diese Definition hier treffe. Gut, vielleicht werdet ihr euch fragen, hier bei diesem Körperaxiom, ich habe ja hier nur eine Addition und eine Multiplikation definiert. Wo ist denn die Subtraktion und die Division? Ja, das kann man also nachweisen, wenn man diese beiden Rechenoperationen definiert in den Körperaxiom, dann entstehen die beiden anderen Rechenoperationen automatisch. Ja, also diese Axiome haben selber auch wieder Folgerungen, die dann neue Rechengesetze ergeben. Gut, die nächste Frage, die man sich noch stellen kann, was ist denn mit so Gesetzen wie zum Beispiel Wurzelgesetzen? Ja, die sind also hier nicht enthalten und da muss man aufpassen. Ich habe ja schon gesagt, C hat Nachteile gegenüber R. Zum Beispiel ist C kein angeordneter Körper. Das heißt, zwischen zwei komplexe Zahlen kann ich kein kleiner oder größer Zeichen setzen. Das ist Unfug. Das zeige ich im nächsten Video, da beweise ich das. Aber da taucht noch ein anderes Problem bei C auf. Manche Wurzelgesetze sind nämlich nicht mehr gültig. Also wenn die Körperaxiome erhalten bleiben, dann heißt das nicht, dass alle Gesetze der Mathematik erhalten bleiben. Die Anordnung geht hier verloren in C, wenn ich eine Körpererweiterung mache, aber auch manche Wurzelgesetze. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal hier unten. Ja, ich habe hier unten mal bewiesen, dass minus 1 gleich 1 ist. Und zwar folgendermaßen, die Definition der imaginären Einheit sagt ja, i Quadrat ist minus 1. i Quadrat ist gleich minus 1. Und i Quadrat kann ich schreiben als i mal i. Ja, und i ist nichts anderes als die Wurzel aus minus 1. Und deshalb kann ich i mal i schreiben als Wurzel aus minus 1 mal Wurzel aus minus 1. So, jetzt wende ich das übliche Wurzelgesetz an und erhalte hier diesen Ausdruck, nämlich die Wurzel aus minus 1 mal minus 1. Minus 1 mal minus 1 ergibt aber plus 1 und die Wurzel aus 1 ist 1. Das heißt, ich habe bewiesen, dass minus 1 und 1 das gleiche ist. Ja, wo liegt der Fehler? Der Fehler liegt eben darin, dass dieses Wurzelgesetz von hier nach hier, also egal in welche Richtung, von hier nach hier oder hier nach hier, ist dieses Wurzelgesetz nicht mehr gültig. Ja, das heißt, so eine Körpererweiterung, die kann manche Rechengesetze brechen, auch wenn diese Körperaxiome gelten, denn diese Körperaxiome, die gelten erst mal nur für die Grundrechenarten. Plus und mal beziehungsweise minus und geteilt folgern ja automatisch daraus. Ja, und wie gesagt, der zweite Nachteil war, wenn ich das noch mal wiederholen darf hier, C ist kein angeordneter Körper. Das heißt, solche Ausdrücke wie Z1, das ist eine komplexe Zahl, ist größer als Z2 oder ist kleiner als Z2, die machen keinen Sinn. So was gibt es nicht innerhalb der komplexen Zahlen. Da gibt es keine Ungleichung. Gut, aber das erst mal als Überblick und im nächsten Video werde ich euch erst mal beweisen durch ein Beispiel, so wie hier, dass man diesen Körper der komplexen Zahlen wirklich nicht anordnen kann. Das heißt, dass ich wirklich nicht schreiben kann Z1 kleiner Z2 oder Z1 größer als Z2. Aber hier sind wir erst mal am Ende. Ich verabschiede mich auf Wiedersehen. So wie hier war. Das ist ein Beispiel. So wie hier war. Ich hab's Verzuch gesagt, dass ich mich nicht verabschiede mich, wenn ich nicht habe. Das ist ein bisschen mehr zu machen. Ich hab's verabschiede mich überraschen, aber ich bin mit mir. Ich hab's verabschieden. Ich bin mit mir. Ich hab's verabschieden.